Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Observer. So, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben und wir hören dieses ekelranzige Monstervieh hier rumgauzen, brüllen, kreische, schreien, stampfen, was auch immer. Und wir versuchen da mal... Ja... Das wird doch in keinem Traum! Hä? Haben wir Hallos? Oder was ist hier los? Was? Ist mir leid... Ich glaube, hier ist etwas rolig! Ist mir leid... Kannst du mich auf den nächsten Existenz? Oh, ja, ich verstehe komplett... 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 Es ist wirklich ein Schaden hier, nicht wahr? Ja... Es ist sehr wunderschön... Also, über den Existenz? Okay... Geh durch die ruftige Rufe... Und dann direkt über die Städte... Und da geht's! Okay... Vorbei an den lauten Geräuschen! Warte mal... Was hat die gesagt? Das habe ich vergessen... Scheiße... Die hat so erotisch geklungen... Scheiße... Scheiße... Äh... 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 Fuck... Wo sollte ich jetzt hin? Ich habe ein Protokoll! Äh... Äh... Ich finde einen Weg aus dem Keller... Ist hier... Äh... Der Tunnel hat mich... Blablabla... Ich muss... Ich finde die Quelle der seltsamen Geräusche... Du wirst mich doch verarschen! Oh... Da ist die Treppe! Ne... Da ist die Treppe! Da ist die Treppe! Wir gucken nach dem Geräusch! ... Die Treppe! Ne... Ah... Ah... ... ... ... Ah... Ah! Ähm, hacken. Scheiße. 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 Fick dich. Das ist ja wie ein Schwein, was abgeschlachtet wird. Oh Gott. Dein eigener Schattenjagd beschlangst ein. Oh. Bitte. Just go away. He'll get mad if he hears us. Is the man in there with you now, ma'am? I don't know. I don't think so. I never know. He comes and goes. Has he mistreated you in any way? You have to leave. I'll be fine. All right, ma'am. I'm leaving. Ma'am? What's going on? Please, be quiet. He's looking right at me. He is? So he's in there now? He's always here. He lives in the walls. Oh God, I think he heard you. Wonderful. Aren't we having a mad fucking tea party? Okay. Ich muss irgendwie in die scheißen Nummer kommen. Hier sieht man ja leider nichts, schade. Irgendwie hat das Geräusch aufgehört. Da war es wieder. Wie könnte die Nummer sein? Machen wir mal die 028 dran. Äh, da ist die Maus, 0, 2, äh. Krone, Chiron, I, Chiron ist mein Traum, Traum, okay, schön für dich. Äh, der Lauterker ist geschlossen, äh, Kurt habe ich keine Chance hineinzugucken, vielleicht sollte ich herausfinden, wer der Besitzer ist. Ja, aber wie? Wie finde ich das heraus? Oha! Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Ich warte meine Mom und Dad. Ich bin sicher, dass das nicht möglich ist. Deine Eltern sind sehr schwach. Es ist ein Wunderschön, dass du nicht die Symptome selbst zeigen kannst. Okay. Oh. Titten. Ich muss immer noch irgendwie in diesen Keller kommen. Äh, hallo? Uuuh? Ich kann mich nicht tun tun. Oh. Oh, tut mir leid. Oh. Ikke mal. Du bist ein Arschloch, Alter. Und tschüss. Was ist das für ein Wichser gewesen? Für ein Wichser gewesen. Oh, hier kann man wieder ein Spiel spielen. Eine schöne Abwechslung. Ist hier irgendwas? Nö. Der hat eine riesen Klotze hier drin, Alter. Eine fette Schlafwiese. Und wo ist die... Was sind das für eine Wasserpfeife? Wenn da der Kopf reinkommt, dann ist das ja eine Bon. Ja, gut. Ich muss dazu nichts erzählen, hoffe ich mal. Außer keiner macht den Droh. Äh, baldmöglicher Transport. Pünktlich um 6 Uhr morgens sei pünktlich. Blablabla. Ja. Muss weg. Tauch runter, JJ. Was ist das? Unten im Dunkeln. Down in so dark. Irgendwas mit Schädlingsbekämpfung. Keine Daten, ne? Yeah. Okay. Wir müssen die spinntöten und zum Prinzesschen hoch. Oh. 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 Aha. Ich glaube, ich muss nicht alle spinntöten, wenn mich nicht alles täuscht. Yes. Menü. Level 4. Oh. So. Oh. 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 Wenn ich jetzt das Schwert da oben hole, mache ich die platt. Egal, grausio. Ja, ob man das Geräusch, ob man herausfinden, was zu dem Geräusch gehört, das erfahren man im nächsten Folge. Bis dann, bleib entspannt, genießt den Tag und bye bye. Ja, ob man das Geräusch ist.